Hilf mir doch! Hilf mir doch! Kleine Missgeburt! Hilf mir! Hilf mir doch! Verdammt! Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Sehbe doch. Das verstehe ich nicht. Sehbe doch. Glaube ich zumindest. Ich bewege mich hier. Hat der mich jetzt mal wieder geschlagen oder? Ja! Steh auf. Steh auf. Steh auf. Nimm deine Waffe. Nimm die Waffe. Krieg einen Trang. Krieg noch einen Trang. Zieh deine Raffung wieder an. Schnell. Da hat der mich schon wieder geschlagen. Den Streit vergessen wir, okay? Ja. Kann man vergessen. Boah, Leute. Ich kann nicht mehr, äh, ich kann echt nie mehr. Ich kriege aber sowas von zu viel. War hier nicht irgendwo ein Speer? War doch ein Speer, sag ich doch. Ich kann nicht mehr. Aber in der Dunkelheit muss ich eh nicht sehen. Ich muss mal den dicker Fehler annehmen. Ganz dicker Fehler. Aber ist da was? Ja. Die Waffe ist Schwachsinn, dass ich sie jetzt anziehe, weil ich keine Zweihändigkeit gelernt habe. Das ist jetzt schon so. Verstehe ich nicht. Ich kann keinen Hinweis finden. Wir müssen die drei Stollen durchsuchen. Boah. Das ist so grauenhaft. Ganz ehrlich, wenn die mir noch wenigstens helfen würde. Ich kann das nicht erklären. Aber dieser Ort hier. Vergiss es. Es ist bestimmt nur ein Bildung. Hintermissen, Ork. Aber der Preis. So falsch war. Der hat unendlich lebende Typ. Aber nein, der greift in die Zerwaffe. Der hilft mir ja nicht. Oh Mann. Ich krieg einen Föhn. ich krieg echten Föhn geht's hier weiter oder nicht? nee Sackgasse ich krieg echt n Föhn bei dem ich krieg zu viel geht's hier weiter? ich seh ja nichts ich seh ja absolut nichts so, Sklavenbrot mhm sehr gut ok oh Gott Gott, Gott, Gott hier muss in den Ecken oder so da war doch auf Ort da hat man was zu tun da hat man was zu tun nein 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 nicht jetzt ach fuck na, bis später euer Jedi so, ähm da bin ich wieder absolut keine Lust jetzt ich bin also absolut Lust meine ich ich kann nicht aufhören jetzt mit Gothic gut, den ganzen Scheiß nochmal beziehungsweise ich hab ja relativ früh gespeichert äh spät gespeichert wie auch immer bla bla halt relativ aktuell gespeichert also jetzt warte war meine Fresse du kleines Arschloch du 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 ja 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 ist das geil ist das ohne Spaß mal geil jetzt labert der doch wieder mit mir oder nicht ich kann das nicht erklären aber dieser Ort hier vergiss das es ist bestimmt nur eingelungen ja ja bla bla ich kann nicht mehr ok Kruschwadok Orksberg Kruschwadok Sklavenbruder hol ich mir jetzt nicht Tränke ich hab keine Tränke mehr kann ich jetzt mein Leben auffüllen noch ein paar Fleisch hab ich glaube ich noch zwei wie süß ok das hab ich noch Lebensenergiebonus plus 39 so mein Sklavenbrot Lebensenergie plus 15 Speichern Speichern oh ja es war gerade wieder halt kein Error aber aber ähm halt bin auch ähm es hat sich halt auch kein gespielt ist bei Gothic halt manchmal so so ich wollte jetzt ja eigentlich ach ja meine Fackel liegt da ja jetzt nicht bin ich blöd oder was ich wollte jetzt meine Fackel wieder aufheben die ich eben im Error verloren hab what the ähm was ist das denn was ist das hä was ist das was ist das sieht aus wie eine Tür kann ich da irgendwie nein kann ich nicht ich kann wir müssen die drei nicht ist hier nochmal sowas in der Art so das heißt es gibt da ein Durchgang da ein da ein und da anscheinend auch also hier links aber der einzig durch der nicht irgendwie verspärten wir sind alle versperrt aber alle mit Felsbrocken außer der eine der ist anscheinend noch heilgeboten aber verschlossen okay das heißt wir haben den Gang jetzt hier durch ich würde ich würde sagen wir gehen in den nächsten Gang die Frage ist gehe ich vorher noch irgendwie ähm in ein Lager oder nicht also in einem halt bei den bei den mich neu ausrüsten ja oder nein nein eben war ich hier in dem Lager in dem Ding hier das heißt hier habe ich schon ein paar gekillt was wiederum bedeutet ich gehe hier weiter oder ich habe doch keine gekillt ich kann noch nicht schleichen ich kann nicht mehr nicht helfen ohne Scheiß wieso kann er mir nicht einfach helfen bin ich hier hier gibt ne Fackel ey die Fackel lag dort auch ach so die ist runtergerutscht okay dann nehme ich sie halt wieder auf gehe hier weiter und sehe es führt mich ich keine Ahnung wohin zu Steintafeln und zu zu was hier geht es nicht weiter vielleicht werden die Nischen hier Hinweise was ist wie wo Höllenpilz da ist ein Gitter ich keine Ahnung was das darstellen soll komisch egal ähm mhm es bleibt ihr hier stehen oder was so schön hier hinter das Ziel ist einfach schön Gitter hier und hier ist ein Schalter Scheiße okay ich nehme an dass das Gitter jetzt auf ist oh Wunder oh Wunder ja war ja klar so ein Trank mh mh ja mh